so okay go go wo bist du sinn ich sag nicht weit weg von dem durchgang hier vom er so dachte besser schon weiter gelaufen ich war immer weiter auf der suche nach irgendwas was mich wieder heilt ich habe leider noch nichts gefunden habe ich jetzt genug ich auch habe ich habe immer noch die infizierte wunde vom schweiß jaguar dann brauchst du doch wenn sie infiziert ist kannst du keine asche mehr draufpacken aber ich hab mal für dich das ist gut du musst nämlich auf die offene wunde bevor sie infiziert asch draufpacken also verband mit asche und dann infiziert sie nicht aber ich weiß immer noch nicht was du draufpacken muss wenn sie infiziert ist außer man noch mal also ich bin jetzt hier wieder bei diesem fahrt wo die bäume umgeknickt sind alle also wo wir sind wir auch gut da sehen wir uns ja gleich und maden sind echt praktisch danach bin ich da seid ihr ja er leckt auch uhr ja komm sehe ich euch fliege ich raus der horse hat das biel verlassen dass das möchtest du irgendwelche speichern bevor du zum hobby zurückkehrst ja speicher speicher bei mir läuft doch auf der stelle aber es wird sich dass du sind gesehen hast ich nicht und jetzt beide ausgeflogen seid sind auch raus die drei jahr kombination des schlechten leben verabscheuert vertragen egal wird das ja gespeichert wir können aber wieder beitreten passiert ja nichts es brauchen ja da und ihr warte mal online sichtbarkeit offline warum das denn wer wo dann bei mir gerade ach bist du etwa der mit dem schlechten internet deswegen fliegen wir alle raus ja es ist komisch dass wir uns bei den ganz noch hören ja aber das gehört dass man mir auch als perfekt vielleicht spinnt aber das internet geht gerade noch gibt es eine neue einladung oder läuft das hier anders mit einer ich habe steht beispielsweise auch verbindungen unterbrochen auf der freundes liste das war vorhin als ich erst mal rausgeflogen bin nur bei mir läuft aber diesmal läuft also das kleben was die mit grad probleme ja ich muss mal speichern und verlassen da bin ich auch gewundert sich vorhin rausgeflogen bin hatte ich aber auch perfekten ping bei bei das gut und alles also normalerweise ich saß da zuerst wenn auch was schief läuft ich habe bei steam keine verbindung da sind wir mit handy doch besser dran wenn hat er jetzt gerade das erste mal problem und wir mussten schon mal oder wir konnten schon mal nicht auf ihn weil es ein bisschen windig war draußen zwölf tage noch flot zwölf tage ja alles klappt ich glaube mit honig ist das oder das defizierung steht ja aber leider nicht ohne ich habe einmal gesehen habe ich wollte darauf schlagen ganz kurz gucken nicht dass ich meine platte leicht voll aus weil ich weiß ich dass das irgendwie das würde ich so schon nicht machen und ich in dem spiel über das habe ich noch tödlicher wenn das auch was und du kannst auch so eine goliath vogelfresser spinne irgendwie glaubt zur asche verwandeln und sie kochst und dann kannst du aus der asche auch verband bauen fragen die warum ich komme bei steam nicht keiner verbindung zum steam netzwerk möglich das geht ja gar nicht also bei mir wird auch noch angezeigt dass du green hell sorgst ja tut er auch noch heimlich wenn du dich dabei haben ich habe vorher mal populär geguckt und habe noch mal geweint hier oder nicht eine aufgabe ich glaube ich bin online ich habe heute den führerschein geschafft also gleich ein saufen und losfahren geil also hat sich richtig finde ich geil das mit dem bremsen ne ich habe zu anderen gesagt ach komm wir fahren doch mal geradeaus weil ich es nicht geschafft habe abzubiegen weil ich zu schnell war weil die bremse die reagiert ja erst wenn du wirklich sehr weit gebremst hast ja und das habe ich nicht einschätzen können dann bin ich einfach vorbeigefahren musste ich in solch schritt umdrehen ähm ich finde es hat sich einfach total weird angefühlt wo ich das erste mal auch alleine gefahren bin so richtig illegal ganz alleine ist noch mal was ganz anderes absolut ja ja und hat sich wirklich richtig illegal angefühlt so als ob ich das gar nicht dürfte ja genau vorhin hat doch johannes der hat uns gesehen vorhin ne und äh ich bin der meinung er hat extra angehalten lehmer kreuzung und hat gewartet dass wir an ihm vorbeifahren ich wollte ihn erst ausbremsen hast du theoretisch ja aber nicht absichtlich ich habe andere ein bisschen durchgeschüttelt wo früh fahr ich erstmal einkaufen so viele autos erst mal ein auf gta machen hier morgen ich weiß egal ob du sitzt drin und tust wirst du auch verhaftet ja aber irgendwie lässt sich das geht das spiel nicht auf aber schon weil er gerade lädt ja ich sehe es immer nur bei obs das komischste war auch nach zwei wochen führerschein bestanden wurde ich auch gleich erstmal schön allgemeine verkehrskontrolle ja das würde mich gar nicht doch nie doch das ist immer so obwohl man nichts gemacht hat es ist halt so oh ihr seid ja sogar hier sehr gut mit deinem Auto ziehen sie dich auch nicht raus wenn er sagt führerschein dann sag ich was ist wenn ich jetzt keine habe also du schlägt hast du hier so bambus musst du gemacht oder was stock ja jetzt gibt er mal naja hier hast du deinem Auto was ach danke wie der aussieht alter der dschungel iron man alles gut bei ihnen ja wir geht es gut jawoll so wenig ausdauer hier erstmal ein schwein jagen was habe ich damit zu tun ich meinte was habe ich nicht getan ich meinte kein ich meinte nicht so ein dickes ich habe erstmal in den Fressen ich habe doch gar nichts getan das war das beste ja jetzt gibt es Sänge kann man denn eigentlich hier mit Gegenspeater auch kloppen ne 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 schade kann man schon bleiben stellen ne kann man nicht oh Tabak was wo jetzt rauchen wir erstmal yes baby yes oh kein Platz mehr oh der gute Rancho ich kann es mitnehmen wo war die jetzt ja die lag eine Blume die blumen mit dem er wusste es dieses rosa blätter und blüten ah sowas ich habe schon wieder so wenig aus habt ihr noch aus da ist auch schon wieder relativ wenig geworden ja lass uns hier mal gleich irgendwo einen zwischenstopp machen so Fleisch fressen wäre mal cool ja wenn wir ein Feuer machen dann kann ich das Schwein grillen obwohl ich das ein Ameisenhofen amy ja ja warte ich will mal gucken wo ist denn der wo ist denn der wo ist denn der Haufen kann noch wir tragen hier ist noch eine Molinera ach ach so ne konnte ich selber noch tragen ach da ist der Haufen ok den kann man gar nicht übersehen ja natürlich und ich geh zu nah dran leck mich doch am Arsch wenn du schon da ran gehst dann wenigstens auch eine Ameise na gut ja ja die kannst du einsammeln die bringen das gleiche wie Maden oder du siehst sie doch gar nicht ne die bringen das gleiche wie im Verband Wann war es nicht so dass die hier die Dings schließen? fuck bitte mal noch das Schwein no gut ich leg mich hier mal Götz hin ich brauche Hausdauer ja ich glaube auf dem Stein ja da kann man gut drauf schlafen gleich trotzdem wieder ein Wurm drin macht nischt das sieht aus aus als wenn du so richtige Drogenjunkie bist die du da liegst hä bin ich doch auch das sieht so geil aus glaubst ich werde mich nicht dann so in den Wald legen vor allem für 10 Sekunden ja wie legt man sich nochmal hin? C C ach da ok ja wir wollen mal ein Feuer lass mal Feuer irgendwo machen ja ja Knochen kann ich dir geben ja aber lass mal ein bisschen nochmal zu der freien Fläche da hoch gehen weil da kann man am wenigsten dann noch ein Bett zur Nutze nehmen packen weil da unten geht das nämlich nicht da war ich nicht vorhin auch und oah Ameisen oah ich noch wollen wir noch hinterher ey ja ja Ameisen du es fehlt mich gar nicht iiii vielleicht wegen deinen komischen äh Bambus ich habe irgendwas unter der Haut was sich bewegt das ist ein Wurm da musst du äh wenn du auf so einem Knochen sammeln oh ich bin überladen sag mal den klickst dann kriegst du so eine Knochen Nadel dann kannst du den raus machen und dann musst du den Verband drauf machen ach so ich muss ja nicht man sieht ja auch so selten Knochen finde ich jaa müssten wir ja die findest du so nicht einfach äh da musst du schon was für tun also einen hab ich vorhin gefunden ich bin einfach im Verband ja naja wenn wir alles draus gemacht hast du noch welche oder brauchst du ich hab ok auch schon wieder ein Ameisen hügel ich raste aus wahrscheinlich noch der gleiche nein deswegen hab ich auch gesagt der gleiche nicht dasselbe äh jetzt war der gleiche oh ähm ja aber wir müssen noch kurz warten bis es aufhört ne verdrängt ja oder wir bauen ein kleines Dach hin oh und ich hab Ausschlag ach man muss noch im Spiel ach man muss noch im Spiel ach man muss noch ein Ding ist ne im Rahmen am besten dankeschön naja mach mal drüber aber oben war ja nicht viel ne das geht ja ja nur vier Holzscheite wir müssen nur gucken dass wir richtig zwei Bäume fällen dann haben wir ja das ist aber auch ne stumpf auch da hast du theoretisch ne Holzscheite grimm auch so zwei pro naja zwei so dann noch lange Stöcke jawohl aus den dünneren Bäumen am besten hey Axt kaputt ey da müssen wir glatze Machete wechseln ne du hast ne Machete? ja warst du schon dahinten oder was? fälligerweise hier war so ein äh Lager gestoßen wo die Leute irgendwie weißes Zeug hergestellt haben ich weiß auch nicht hm hm wär ja klar hä warte da hinten was ach ja schlimm das war ja schon hier ja also warte doch 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 Palmen ne oder hast du Bananen hast du auch das schon die langen Stöcke? ja was warst du Palmen oder Bananen? was näher? äh hier sind Bananen gerade äh ach so fertig äh äh so hier sind noch welche äh da können wir gleich zwei Betten im packen ja 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 wir brauchen auch dringend eins hmhm auch Klampanen ne ach äh ähm ja was kann ich gegen den Ausschlag machen? äh äh warte ich gebe dir was äh der sollte helfen ok vielen Dank und meiner ist schon wieder weg aus dem Bein aus dem Bein boah ich schlag einmal zu und mein Ausdauer ist weg ich hab gar keine Ausdauer hier für deinen ja lädt den wirklich mein sonst geht es gleich um mit dem Verband müsstest du eigentlich hier auf deinen für den Ausschlag? ich glaube ja äh kannst du mal weggucken von dem Ding? sorry warum man da drauf guckt gerade ich glaube Amy durch Schlaf oder? ja das kann sein ah ja jetzt ist fertig ok jetzt kann sich auch da drauflegen ok aber wenn schon hier auf Floh ist mal Schubfleisch dann nicht was ah ja hat er auch noch was zum Grillen? ja lass mal das hier was denn boah äh was habe ich denn jetzt weg genommen auch so äh wo war das Bett hier nicht blöd gar unter dem Hütten Symbol echt? nicht noch ich fühle mich gerade am Anfang wie das ist ein Bett? ne hä nicht so nicht beim Hütten ach da unten das Hütten Symbol meinst du ja äh 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 ich habe glaube ich was zu essen für dich das ganze auch gut ist bei mir das ist das ballert nur wenn man es dampft aber essen nicht so gut ja dann bricht ja ich dachte nämlich gerade okay holzheit holzheit zack kommst du wieder ist holzheit da weil es aufgefallen dass man das vielleicht auch gar nicht so schlecht essen kann das hat auch voll viel gemacht nur ein parasiten seile 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 habe ich jetzt gleich fertig so jetzt noch darauf noch was man kurz in haun hier gar keine energie und dann können wir da drunter will normal also auch nur so als vom boden ja wollte ich nicht für immer bleiben dafür brauchen wir platz mit leben und ein bisschen näher am fluss wenn wir mit leben richtig arbeiten wollen sind hier noch genug bananen das ist eine gleiche dann infektion tier extremitäten ok nehmen wir mit gegen das extremitäten stand aber noch genug banan zusammen ist schon fertig beides ja beides noch nicht aber ja dann macht das bett kaputt und immer da teilen wird nein ich ja oder hier aber das 1 1 such dir mal ich habe ich jetzt macht das mal jetzt schon 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 7 7 8 9 10